hallo willkommen zu einem neuen video ja ihr seht schon wir befinden uns ich habe auch die chatbox an ist ein andere platforms der case to get on the campus eine sp 0 hat sie muss einfach eine treppe vielleicht wird es wie weit vor subjekte es ist ja nur leidung pictures ok ja ist ja gut da ist das weiter denn was schon zu beendet ist wie der absolviert licht der boden von dem ding oder nichts entdeckt werden wir die ersten sein wer weiß ja gut ich habe eine idee und zwar wie wäre es wenn wir es eigentlich mit facecam spielen das wird auch viel angenehmer oder ok weiter geht's ich habe gerade ein paar geräusche gehört nur weil ich pausiert habe hallo ist jemand hier hat erzählt sogar mit welchem geschoss ich mich befinde auch gut was soll ich schon passieren also echt es ist eine treppe wir laufen treppen runter ok wunderschöne treppe ja ich habe mir das spiel vorgeschlagen wir erkunden ist jetzt einfach mal hallo steiniges etwas ich höre irgendetwas schleimiges das klingt nicht so gesund ist er sollte man zum arz gehen wird er stören sie sich nicht daran dass ich hier ich habe eigentlich spot a having to stress krank und das ist ja beruhigend aber any attempt to descend der stück ist er zu bringen also das ist so wirst du krein Geheule? Ami, bist du's? Wieso weinst du denn? Hab ich dir irgendwas getan? Hör auf zu weinen. Echt mal? Hör auf zu weinen jetzt. Du brauchst nicht weinen. Du kannst den Sound des Löhren, wie nef... Ja, das kann ich hören. Du kannst den Sound des Löhren über 6 Löhren runter. Willkommen! Mami, wir werden dich trösten. Alles gut. Ist das nur Licht flackern? Meine Batterie geht langsam her. Könntest du jetzt aufhörst und weinen, bitte? Dankeschön. Unser Herz schlägt. Okay. After multiple exploration, they come into the structure. Aha. Hm. Aber gut. The third step was shown to be Fabian from the structure. This time it is unnotive. SCP 080 is an endpoint. 087. I don't know. Hat das ein Ende? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein, nein, nein. Böse, Sir. Das war nicht nett. Sie wollten anzuschleichen. Das macht man nicht. Ist ja gut. Nochmal fällt da drauf nicht rein. Kannst du jetzt mal auch mal zu feiern? Somebody looks tough. Guck mal, wo ist der oben? Die vorne ein holl ist. Guck. Es ist ein Wach in dieses Wach. Ja, ich würde nach dieses Wach. Was ist in dirE er generate? mit zu tagt ist hier in die fingten der fall ist verschwunden jedoch nicht gut wer hätte gedacht ist in dem noch nicht zu sehen gibt okay bei dem system sie stehen unter arrest grund von anschließend was auch immer was soll das hier hast du schon wieder nicht aufgeräumt ein löser von krisis brocken von da sollten ja mal die wände noch mal überprüfen also so stabil sehen die händigkeit auf das ist nicht mit wird kurz und jetzt schon aufgeräumt das ist doch mal ein guter guter ansatz ist das ist das der wüste man es ist der wüste man wird hier was uns sagen verstehen könnten sie mal bitte vor dem und weg nehmen jetzt habe ich konnte den exploration wenn sie nicht so nusche würden da würde ich sie auch verschwinden der wütter ist na würdest du bitte den dreck weg machen also wenn du schon jemanden hier oben links ja dann mach aber bitte auch die blutleiche weg das hat steht noch jemand drüber so wie ich ist ja wie eigentlich also wirklich also ich mich immer wieder vor diesem effekt erstrecke naja hauch mir nicht ins gesicht ist ein art du sollst du meinen pfeffermünz nehmen richtig so gut keiner riechen es ist still zu still das klang wie so ein box geheul haben den auch noch wolf da unten eingeschwerte also echt ist ja gut ich glaube ich nenne johnny johnny der whisper man na wobei das ding ist so gut ähm sie brauchen nicht höher kommen ich komme schon zu ihnen runter meine güte würden sie bitte ihre dacheln vom boden weg entfernen dankeschön es wird hier noch jemand verletzt wollen wir ja nicht meine güte wenn er mal mehr bitte und verlassen sie das jetzt packen sie doch mal ihre stacheln weg au au sterbe ich hier etwa wollen wir aber nicht hier was sehen nächstes auf long hair like material origin upon the ground ach das fällt ihr jetzt erst auf auf auch gut du dir wie soll es auch eine exploration noch besser jetzt ho hoch er wollte es mit jemandem zu sagen und da lasst das ich habe ich gesagt du sollst deine blutleichen wegwischen ich habe gesagt wegwischen nicht verwischen auch gut jetzt bin ich bin ich bin jetzt hier auch wenn die sonde sind oder sind jetzt nicht zu beleidigen aber das in die gleiche erfahrung wie ich mit kriegt du kriegst mich nicht damit das mich in ruhe jetzt ich bin ich bin ich bin immer schlimmer lasst mich in ruhe das ist ja kurz ähm hallo oh moin weißt du haben wir jetzt hingeflogen ähm wir fallen wieder nach oben ne wir fallen tiefer hä ne sie fällt nach oben aber die meterzeige drunter he nothing coming from material to load into heast with six centimeters der industrie cupreding los signal ich habe es ihn ja signal los neues game auf jeden fall wenn es jetzt schon zu ende ist tatsache ich muss mich bedanken das war wirklich ein schönes game ja doch und ja ich hoffe es hat euch auch gefallen danke dass ihr eingeschaltet habt macht's gut und schau war er wird gemacht ja